Perfekt gestylt und in einem engen grünen Kleid. Jessica Simpson sieht bei diesem Auftritt wunderschön und ziemlich glücklich aus. Die 35-Jährige ist mit ihrem Ehemann Eric Johnson gerade auf dem Weg vom Hotel zur US-Show Today. Was aber bei genauerem Hinsehen auffällt, sind die riesigen Muskeln an den Waden der Zweifach-Mama. Jessica war noch nie die zarteste, aber so stark trainierte Beine hatte sie noch nie. Grund dafür könnte sein, dass sie ihre Kleinen ein bisschen zu lange durch die Gegend getragen hat. Flöchterchen Maxwell ist mittlerweile nämlich schon drei, ihr Sohn Ace süße zwei Jahre alt. Oder sie trainiert etwas zu viel und zu hart. Vielleicht sollte sie ein bisschen weniger Gas geben, denn solche Fußballerwaden sind eigentlich nicht mehr besonders feminin. Bis zum nächsten Mal.